Nie wieder VW-Treffen am Wörthersee. Aber was ist da eigentlich passiert? Es war das Treffen für VW-Fans schlechthin. Einmal im Jahr wurde Maria Wörth zum Mecker der Volkswagen-Fans. Seit 1982 gab es die Veranstaltung. In Höchstzeiten bis zu 200.000 Menschen vor Ort. In den letzten drei Jahren aufgrund von Corona leider nicht stattgefunden. Sogar der VW-Konzern war regelmäßig dabei mit Prototypen und Sondermodelle speziell für das Treffen. Dies ist nun aber vorbei. Und was ist der Grund? Der Klimawandel natürlich. Die Kommune sagt, ich zitiere, es gibt zunehmende Kritik und abnehmende Akzeptanz. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, die Auswirkungen des Klimawandels, die Verantwortung der politischen Entscheider für den Erhalt der Ökosysteme und die Notwendigkeit, das Handeln auf allen Ebenen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten. Zitat Ende. Was denkt ihr rüber? Völlig richtige Entscheidung in der heutigen Zeit oder komplett übertrieben? Fakt dabei ist... DurchENSTERME! DRAK!